Krimmer, LKA, was ist denn hier los? Wer ist tot? Orkan Erdem. Der Fußballer. Der Topspieler der Butch-Nationalmannschaft. Sie werden den Fall Orkan Erdem gemeinsam leiten. Ich brauch kein Kindermädchen. Eine Menge Leute haben einen Hals für Erdem. Die ganze Stadt ist ein Pulverfass. Sieh zu, dass niemand ein Streichholz ran hält. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir ratzfatz. Einen Rassenkrieg an der Backe. Wenn eine Sache schief geht, geht alles schief. Wenn man auf Fies Gesetz. Das ist nicht mal auf Fies Gesetz. Nicht? Nee, nicht. Ich weiß nicht, ob man ruf. Aber am Ende machen wir den Täter klar. Das garantiere ich dir. Noch nie eine Linie überschritten. Ich stehe gerade an einer. Sie sahen aus, als hätten sie uns erwartet. Was hast du getan? Was ist denn los? Die Musik zu laut, oder was? Die Polizei fährt verstärkt Streife. Ich habe wirklich Angst. Ist gut. Fällt dich im Leben. Dass ich dich mag, weil du mich an die Frau aus meinem Lieblingsfilm erinnerst. Welcher? Baby. Aus Dirty Dancing. So ein Unsinn. Tippen wir doch schon nicht Dirty Dancing? Tippen wir doch schon nicht Dirty Dancing. Tippen wir doch schon nicht Dirty Dancing. Tippen wir doch schon nicht Dirty Dancing. Ich wünsche dir doch schon nicht Dirty Dancing. Ich wünsche dir doch auch schon Dirty Dancing.